Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Pokémon Uranium, ihr 390 Tobi, das Aftergame. The Aftershop Party repels, effect warf, willst du es weiter nutzen? Natürlich. Denn in der letzten Ausgabe habe ich mir die ganzen legendären Pokémon gefangen, die ich mir fangen kann. Nun geht es jetzt auf der Suche nach den Ninjas. Und wo fange ich am besten an? Also den in Legend Town habe ich schon. Hier gehe ich mal, ich habe mir eine Liste gemacht, da gehe ich mal von oben nach unten. Route 12. Die ist hier. Hier. Surf East from Route 5. Das wäre dort, aber da wäre auch einer in, ähm, vom Baikal Forest. Dann fange ich da an. Dann fange ich da an. Also es heißt, vom Baikal Forest betrete den Regenwald von Amatory Town. Von da aus gehe ich zum, gehe den unteren Weg. Aha, aha, aha. Und surfe zum Westen. Nee, ohne Seife waschen. Also nach links. Okay. Umarme die Südwand. Das heißt hier. Irgendwann wirst du einen kleinen, kleinen Ort finden, wo du aufwenden kannst zu surfen. Aha. Hier. Hm. On the south side of the river follows a short path to find the Dojo. Das müsste irgendwo hier sein, oder? Aha. Da ist was. Da ist was. Da ist was. Alter, wie soll man darauf, na gut, wie soll man darauf kommen, wenn man einfach surft? Super Training 10 to draw Daichi. Da haben wir ihn schon, jawoll. Servus. Willkommen Trainer. Mein Name ist Daichi. Und ich bin Ninja von Tsukunami Village. Und ich bin auch für Spezialist Training und die Spezial-Attack-State. Are you interested? Oh. My grandpa wants me to head back to the Dojo? Okay, then. Please accept this gift as a token of appreciation for your efforts. See you soon. Obtäne Powerlands. Also von Ihnen kriege ich wohl diese ganzen Power-Items. Ninja, away! Puff. Alles klar. Das war Ninja Nummer 2. Nun denn. Wo ist der nächste? Route 15, Route 7, Route 12. Dann gehe ich erstmal den in Route 7 finden. Wo war nochmal Route 7 gewesen? Das ist hier. Ähm. Upon exiting Rockfell Tunnel. Serve on the body of water right above the rest house. Go to the right and you'll find the path to the Dojo. Aha. Wo ist nochmal Rockfell Tunnel? Das müsste hier sein, oder? Rockfell Tunnel. Da haben wir es. Ich glaube, dann gehe ich von Rockfell Town aus dorthin. Das müsste passen. Das sollte passen. Okay. Off. Gut. Ich kann eigentlich mal meine... Mein Fahrrad nutzen. Mimik. Du 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 du. Na, super. Gleich hier abgeschmiert, die Mucke. Ja, dankeschön. So, Rockfell Tunnel muss ich do lang, muss ich hier lang und hier rüber. Hep, hep, hep. Repairs were off. Natürlich. Einmal absteigen vom Fahrrad. Dankeschön. Okay. Jetzt sind wir in Rockfell Tunnel. Da gehe ich jetzt einmal durch. Hm. Musik kann sich auch nicht entscheiden, oder? Ja. Da, 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 da. Weiter, weiter, weiter. Okay, jetzt bin ich hier. Aha. Surf on the body of water cis right above the rest house. Ach, das war hier. Moment. Ach, hier. Ich glaub hier... Stimmt, hier wollte ich mal surfen. Hab's aber nie gemacht. Hier rüber? Da ist es ja schon. So einfach war es gewesen. Wunderbar. Servus. Willkommen, Trainer! Ayumi, das ging ja nach Mädchen. Willkommen, Trainer! Mein Name ist Ayumi und ich bin ein Ninja vom Tsukenami-Village und ich offer spezialisierte Training in diesem Speedstand. Sind Sie interessiert? Oh. Mein Vater möchte, mich zurück zu der Dojo? Okay, dann. Bitte akzeptieren Sie das Gift als ein Token Appreciation für Ihre Erfolge. Bis bald! Power Englet Kann ich nicht kämpfen? Anscheinend doch nicht. Ninja away! Also anscheinend war es geplant, dass man gegen sie kämpft, aber dann haben sie gesagt, doch nicht. Nö, wir kriegen Items von ihnen geschenkt. Gut. Jetzt habe ich den. Ich habe das. Ich habe das. Route 3, da kann ich noch was machen. Von Brawl Town aus. Richtig. Nach Süden muss ich raus. Bis ich den Strand treffe. Aber bloß nicht mit der Faust. Ähm, surf right. Auf der Beach. Bis du ein paar Felsen drifst. Dann Richtung Norden. Und du wirst eine grasige Insel sehen. Und dort wird das Dojo sein. Okay, also hier. Hier war ich auch nie gesurft, oder? Hier war ich nie gesurft. Ja. Gut. Also. Den Steinen folgen. Jetzt Richtung Norden. Und da haben wir es schon. Und sogar eine Beere. Lychiberries. Also solang es keine Lychis sind. Also keine Zecken oder Blutigel. Die sie haben hier festsaugen. Ist ja alles gut. Servus. Miki ist glaube ich auch ein Mädchen, oder? Willkommen Trainer. Mein Name ist Miki. Und ich bin ein Ninja vom Tsukunomi Village. Und ich offer spezialisierte Training in der Attack-Stat. Sind Sie interessiert? Oh. Mein Vater möchte mich zurück zum Dojo gehen. Okay. Dann bitte akzeptieren. Dieses Gifte ist ein Token für Ihre Erfahrungen. Bis bald. Nein. Man sollte wirklich, wenn man weiß, es gibt diese Quests, sollte man diese erst machen, wenn man all seine Pokémon hier trainiert hat, die man trainieren wollte. Ninja Away. Pupf. Gut, gut, gut. So weit, so gut. Jetzt geht es weiter. Und jetzt kann ich mir ja den Weg sparen. Jetzt gehe ich nämlich nach Bill Beach City und fahre in Richtung Süd-Hendor. Dann kann ich mir das ganze Surfen nämlich sparen. Dann komme ich schneller voran. Das hätte man mir auch mal sagen können. Also wirklich. Ganz ehrlich. Wenn es die City. Yes. Also, das ist der Button 2. Nein. Danke. Okay. Wo geht es weiter? Wo muss ich hin? Von Route 12. Surfe East from Until you find a crazy bitch island. Ach. Ich hätte da hin gemusst. Oder? Ja. Da hätte ich hin gemusst. Ich habe mir also jetzt glaube ich den, ich habe den längeren Weg genommen. Pfff. Oder? Ah. Naja. Nun gut. Nun gut. Der kann ich ja noch ein bisschen brabbeln. Also. Ja. Ich kann es, kann ich nochmal nutzen. Dankeschön. Ja. 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 Musik wird mir auch wieder fehlen. Echt. Es ist so diese schön klassische Pokémon Musik. Also was heißt Sklash ist so aus. Im Stile der dritten Generation. Das ist ja der Punkt. Dieses Spiel umfasst. Um. Umfasst. Beinhaltet so viele Aspekte von verschiedenen Pokémon Spielen. die Musik wie aus der dritten Generation. Das mit den Sprites oder wie das aufgebaut ist so ähnlich wie die fünfte Generation. Irgendwie habe ich doch sogar das Dojo gesehen. Oder? War das nicht hier irgendwo? Hier? Dort? Vielleicht? Irgendwo war das. Ich kann mich daran erinnern, dass ich da vorbei gefahren bin. Ok. Route 5. Moment. Surfe East from Route until you find the crazy beach and then go up and you find the Dojo. Nie ohne in die Richtung. Route 5. Route 12. Richtung. In Richtung Osten. Bis du eine grasige Insel findest. Muss wieder gemäht werden. War das hier? Da war es gewesen. Jaha. Also grasig ist das nicht. Es ist mehr Sand. Willkommen Trainer. Mein Name ist Taru und ich bin Ninja vom Tsukunami Village und habe eine spezielle Training in der HP-State. Sind Sie interessiert? Oh. Mein Vater möchte mich zurück in die Dojo gehen. Ok. Dann bitte akzeptiere das. Gibt es einen Token von Appreciation. Wir sehen uns bald. Powerweight. Dankeschön. Ninja Away. Ups. Jetzt fehlt glaube ich nur noch einer, oder? Jetzt fehlt nur noch der von Route 15 aus. Und da habe ich das Dojo ja auch gesehen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Also. Von Silverport Town. Gerade nach unten surfen. Während du die rechte Seite umarmst, so fest und lieblich hältst wie die Frau für das Leben, die du gefunden hast. Und du wirst ein verstecktes Areal finden mit dem Dojo. Wo wird's sein? Wo wird's sein? Wo wird's sein? Hier wird's sein? Wo wird's sein? Hier ist Stopp. Hier ist nichts mehr. Aha. Aha. Ah genau. Genau. Stimmt, stimmt. Da war ich auch gewesen. Darin kann ich mich erinnern. Das war Hitomi. Das war Hitomi. Willkommen Trainer. Mein Name ist Hitomi. Und ich bin ein Ninja von Tsukunami Village. Und ich offer spezialisierte Training in dieser speziale Defense Stead. Sind Sie interessiert? Oh. Mein Vater möchte mich zurück in die Dojo gehen? Okay, dann. Bitte akzeptiere dieses Gift als ein Token für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald. Powerband. Ninja Away. So. Da müssen jetzt... Rapids, wear off. Das hat ja genau gepasst. Müssten jetzt, glaube ich, alle Ninjas gewesen sein. Dann fliegen wir mal nach Tsukunami Village. Und sehen mal den Großvater, ob er erfreut ist, alle seine Enkel wieder zu sehen. Ding. 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 So. Finally, after many years, our clan is united once more. But... But ... Grandpa, you still didn't tell us why you need us here. You just said there was a great evil on the horizon and that we needed to come back. I'm sure Grandpa ... I mean Grandmaster Yoshitaka had a very good reason. Perhaps the Gods have granted him a vision! Well, I'm glad to be back here anyway. There aren't many dumplings that are as good as the ones that Mrs. Oba's son makes. Taru, all you ever think about is food. Hey, I'll have you know, I'll have you know that I'm in perfect shape. Round is a shape, too. Den muss ich mir merken. Hunde ist auch eine Form. Hey, Grandpa, why did you send Shobu to come get us? Couldn't you have come yourself? Yes, especially considering Grandmaster was the one who sent us out into the region in the first place. Yeah, you are masters now. Go spread the teachings of your art to train us across the region. It was you who told us that Grandpa. Lass mich raten. Der Grund, warum er sie zurückhaben wollte, ist, er ist älter geworden und sie sollen ihm im Haus helfen. I... Is es das? Hab ich den... hab ich... hab ich hier den Nagel auf den Kopf getroffen? Awww, I'm just so happy to see my family again. Awww, Grandpa, please don't cry. We're glad to see you too. Ahem. Chowu, you have brought back my grandkids. I mean, the sixth ninja of the masters. You have done well. Truly, you have earned this title of honorary ninja. Er wollte nur seine Familie wiedersehen. Ach, das berührt mein Herz. Drrrrpsch. You have won the trust of our clan. Now, it is time to present you with a gift. This Volchik is the offspring of my very own Yatagariu. Yatagariu, so hieß das. It may be small now, but make no mistake. With care this little one can grow into the mighty bringer of storms. So, are you ready to receive Volchik? Yes. Chowu obtained, Volchik. Would you like to give a nickname? Natürlich. Awww. Den hab ich getroffen. Ach, hieß de süß. Hm, wie nenn ich ihn? Er ist der Springer of Storm. Tempest. Jawoll. Tempest soll der Name sein. Moment. Zurück. Tempest. Na komm. Tempest was transferred to... Buh, PC. Ich werde nicht emotional. Ich habe zu viel Kohlensäure in meinem Körper. It was stored in Box 3. I trust it will treat you well. Also, please accept this on behalf of the Dojo. Macho Brace. Danke. Jetzt ist die Sammlung komplett. Huuuah. Das... Huuuah. Das Macho Brace will allow you Pokemon to train up faster and tougher than before. Also, you are welcome to use this Dojo to train whenever you'd like. I'm sure my grandkids, I mean my disabilities, will train with you too, Jovo. Ach so, ich kann man sie immer wieder besuchen. Ja, das ist super, man. Es wird einem nicht verwehrt. Du wirst immer noch ein Mitglied von unserem Clan sein. Ozu. Danke, dass du meinen Großeltern gefunden hast. Ich habe ihnen gesagt, dass du hier für freiwillig trainierst. Oh je. Oh je, baby. Oh je. Das ist ja sogar umso besser. Anstatt, dass man jetzt überall rumreisen muss, kann man einfach alle hier antreffen. Und kann sagen, hey, ich möchte meine Pumpe noch mal trainieren. Dann mache ich das hier. Ja, alles klar. Alles klar. Wunderbar. So. Dann schauen wir uns doch erstmal... Na gut, ich muss erstmal reisen. Wenn ich sie sehe, dann kann ich wieder nach West-Hendor reisen. Werde mir mal... Jetzt werde ich mir erstmal Tempest anschauen. Vielleicht wieder darauf hoffen, dass der Glitch passiert. Wo haben wir es? Da haben wir Volt Absorber. Aha. Bzzz. Aha, aha, aha. Pack und... Oh man. Das ist so blöd. Ich würde es am besten auch in mein Team aufnehmen, aber naja. Aber hey. Wenn ich einfach wirklich Lust habe, wieder was zu trainieren, dann mache ich es hier. Ja. Trainieren ist halt wirklich eine meiner Lieblingsbeschäftigungen in solchen Spielen. Einfach der Charakter wird stärker und stärker. Ja. Er lernt neue Fähigkeiten. Man bereitet sich vor auf Herausforderungen. Das ist etwas, was mir gut gefällt, weil sie in der PG spielen. Gut. Also. Ab zu Professor Bamboo. Was sagt die Zeit? Puh. Da könnte ich ja noch irgendwas reinpacken. Da könnte ich ja noch irgendwas reinpacken. Mal überlegen. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein, was ich zeigen könnte. So. Schau ich erstmal, schau ich erstmal. Ob ich das Pokémon noch von dem kriege, so wie ich es mir denke. Schau, wer es ist. Jovo. Ach stimmt. Ich war vor, nach der Promo-Liga war ich noch nicht hier gewesen. Du hast unglaublich gemacht. Du bist der Champion des Tendoor. Entschuldigung, dass ich so spät als komme. Nicht nur das, aber du hast die Region gebraucht und bekommen Lucille zurück. Ich denke, es hat alles begonnen hier, in diesem sehr Lerb. Hey. Das erinnert mich. Ich habe irgendwie erwartet, dass ich Zeo-Training hinter dir sehen. As usual. Trailing, also. Ich denke, er hat viel verändert. So. Auch mehr, als du hast. Das ist der Power von Puberty, hm? Ja, Puberty hat ihn festgetroffen. Haha. Die Kür, die wir entwickelt haben, für den Nukleär-Pokémon funktioniert wunderbar. Sie kann komplett ihre Persönlichkeit zu normalen. Wie wir sprechen. Die Rangere schließen Raid, Root-Aid und Renewal. Soon. Sie ist. Soon, sie sollten für Menschen und Pokémon wieder sein. Ich war ja schon mal da gewesen. Hey. If you get the chance, I just to pay them a visit. I'm sure the people there wouldn't be thrilled to see their Champion make an appearance. That reminds me, now that you're Champion, Shovo. Prepare to be at the center of attention. The people love their idols. Plus, you're the Hero of Tendo, too. You can probably expect a lot of fan mail as well as some new challenges. What you do with your newfound fame is up to you. You can challenge the League again and have your long-awaited battle against Zeo. Or you could head out to areas like Angelou Town and the lawless territory over in East Tendoor. Personally, I'd be thrilled if you kept working on your Pokédex. If you kept catching more kinds of Pokémon, I'm sure I can find some sort of reward for you. Oh, that reminds me. I have something that might help you with that. It's an invention my engineers and I have been working on at the lab. I call it the Pokeradar. Das kenn ich aus anderen Spielen. Damit kann man, glaub ich, Pokémon aus anderen Regionen finden, oder? That radar will help you track specific kinds of Pokémon. Just activate it in tall squares and Pokémon will be drawn to the sound it makes. My scientists say that it increases the chance of finding source with hidden abilities. Or even shiny Pokémon. I'm sure you'll make good use of it. Noch was? Kann es sein, dass ich jetzt erst nach Angelou Town kann, nachdem er das angesprochen hat, oder ist es einfach wirklich verschlossen? Ah, also... Ah, hello Joe. Are you here to evaluate your Pokédex? I regret you for reaching certain milestones in your collection. Hmm... So you've seen 184 Pokémon and caught 90 of them. Hey, da hab ich ja knapp die Hälfte. Das ist doch ne schöne Zahl. Hmm, not bad, not bad at all. Some Pokémon only appeared at specific times throughout the day. It's worth it to check in the morning, the afternoon and at night. Oh, Delegator. Genau, was ich einmal gesagt habe, ist die eine Attacke, das ist nicht Trashfliege, sondern das ist Notsituation. Wenn du 50 Pokémon bekommst, komm, sprich mit mir und ich gebe dir eine spezielle Reward. Hab ich nicht schon 50? Ähm... Ich hab doch schon 50. Hey, du hast über 50 Spezies von Pokémon. Great! Ich habe eine spezielle Reward für dich. Ein Egg von rare Pokémon. Oh, äh... Dein Teil ist voll. Komm zurück, wenn du in meinem Raum hast. Ein Ei. Ob da dieses Pony-Pokémon drin ist? Oder ein anderes Pokémon? Vielleicht... Moment, ist da... Ist da auch ein PC drin, den ich einfach nutzen kann? Ähm... Nein, sieht nicht danach aus. Schade. Ah ja, da ist ja... Wie heißt das nochmal? Hasma... Ach genau, Hasma. Ich bin Experte auf nukleare Purification. Hast du irgendwelche nukleare Pokémon, die sich verletzt werden müssen? Seine Appearance und Typing bleiben. Sie wollen nicht mehr überraschen oder attacken. Ähm... Gut, die einzigen, die ich jetzt noch habe, sind... Welcher habe ich? Ich glaube, das war... Garados? Rettan? Und... Ich glaube, das war's schon. Super, jetzt muss ich erstmal in die andere Stadt fliegen, damit das Ei bekommen kann. Hm... Vielleicht könnte ich das machen, dass ich ganz schnell... Ganz schnell das Ei zum Schlüpfen bringe. Um zu sehen, welches Pokémon da rausschlüpft. Wobei man ja auch schon erkennen kann, an dem Ei selber, welches Pokémon da rausschlüpft. Genau, das ist genau... Alucard habe ich mir neu gefangen. Ähm... Okay... Nakama, du darfst mal kurz hier Pause machen. Ich brauche Platz für ein Ei. Und falls es mir nochmal ein anderes Pokémon gibt, Zahler, da darfst du auch nochmal Platz machen. Danke. Kann ja so sein, dass nämlich das Ei-Pokémon was ganz anderes ist. Und ja... Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ich habe glaube ich... Ich habe leider kein Pokémon mit... Ah ne, bin ich blöd. Frenzy hat ja die Fähigkeit Flammkörper. Das heißt, das Ausbrüten sollte schneller klappen. Sobald... Wenn man ja ein Pokémon mit Flammkörper im Team hat, oder mit... Ähm... Äh... Hm... So... Du hast 90 gesehen? Ja, ja. Du hast... Du hast Piroccius mit deinem Dex, aber es gibt viele weitere Spezies in Tendor. Hast du versucht, sich zu evolvenen, mit einem Pokémon? Some Pokémon only evolved and exposed to special items or stones. Shiny stone. Oh. Dusk stone. Aha. Äh... Special reward. Okay. Anscheinend fehlen mir genau 10 Stück, um dieses spezielle Pokémon zu kriegen. Na gut, dann mache ich... Oh. Oh. Das könnte es doch sein. Das ist pink und das... Ich habe... Ich habe das Bild gesehen. Das müsste... Das müsste sogar dieses Pokémon sein. Ja, cool. So. Dann laufe ich erstmal ein paar Runden rum. Derweil kann ich ja vielleicht ein bisschen reden. Also nochmal so ein Feedback abgeben über das Spiel, was mir so gut gefallen hat. Okay. Ja. Da konnten sich unsere Wege wieder. Chinmank. Ich weiß noch, als ich angefangen hatte mit dem Spiel, da war ich schon aufgeregt, weil es war das erste Mal, dass ich ein Fan-Mate-Pokémon-Spiel gespielt habe. Es war das erste Mal, dass ich ein Pokémon-Spiel auf Englisch gespielt habe. Aber der Punkt ist, ich habe vorher so viele andere Pokémon-Spiele gespielt. Ich hatte bereits die Erfahrung gehabt und einfach, was hier neu war. War zum Beispiel eben der nukleare Typ oder die ganz neuen Typ-Kombinationen, neue Attacken, wie das Spiel aufgebaut war. Also ich hatte Vor-Erfahrung gehabt, aber trotzdem war das nochmal wieder was Neues gewesen. Weil das halt auch dieses Spiel hat Themen angesprochen, die man vorher nie in so einem Pokémon-Spiel gesehen hatte. Wie das mit radioaktiver Energie, mit Tod, mit Versäuchung, mit Schmerzen und mit Katastrophen. Ja? Also gut, Katastrophen gab es vorher auch, aber es wurde irgendwie dann immer so runter... Wie sagt man? Runtergemacht. Nicht runtergemacht. Nee, das ist das falsche Wort. Das wurde immer dann so schön geredet. Och je, nein, die Sonne strahlt zu hell. Oh nein, es regnet zu sehr. Uh, uhlala. Die Welt könnte überflutet werden. Naja. Aber hier, radioaktive Energie. Menschen und Pokémon sind bedroht. Sie könnten sterben. Besonders auch die Momente, wo ich dachte, oh je, ist jetzt der Vater von Siu tödlich hier verunglückt? Oder tödlich verletzt? Wird mein Vater sterben? Ist meine Mutter wirklich tot? Das war ja auch eine Änderung. Sonst hat man immer nur die Mutter gesehen. Diesmal war es der Vater, den man bisher nur gesehen hatte. Ich reg' dich, ich reg' dich, ich reg' dich. Haha. Ja, also an sich hat mir dieses Spiel einfach richtig gut gefallen. Die neuen Pokémon, die neue Region. diese Verbindung von verschiedenen Eigenschaften von existierenden Spielen. Die Grafik, die Attacken, neue Typen, Typkombinationen, die man vorher so auch noch nicht gesehen hat. Also ich kann dieses Spiel wirklich weiterempfehlen. Und auch wenn es nicht komplett ist, ja, auch wenn da halt noch Sachen fehlen und es ist leider nicht immer upgedatet wird. Für jeden Pokémon-Fan, der einfach auf der Suche nach etwas Neuem ist, der hier schon alle Hauptspiele gespielt hat oder auch Nebenspiele, der wird hier sicher, also seine Freude dabei haben. Ganz ehrlich. Und ich meine, ich hab' ja mit ein paar Pokémon, mit ein paar anderen Leuten Pokémon getauscht. Also es gibt immer noch auch noch andere Spieler, die hier aktiv dabei sind. Was sagt jetzt schon das Ei? Es scheint nicht zu nahe zu Hedging. Naja. Machen wir erstmal ein bisschen weiter. Ansonsten würde ich es halt nochmal zeigen, bevor ich dann die Pokémon-Liga herausfordere, weil das wäre wirklich der krönende Abschluss. nochmal mit meinem Team gegen Zeo kämpfen. Hoffentlich schaffe ich es dann auch bei einem Durchlauf. Das war ja auch der Punkt, die Herausforderung, ja. Besonders bei den Arenen, da war es ja nicht immer der Fall, dass dann die Arena nur einen Typ an Pokémon hatte, sondern es waren halt auch mal thematisch passende Pokémon. Zum Beispiel, oh, Höhlen-Pokémon, was jetzt Gestein, Boden, Gift beinhalten kann. Oder auch Strand-Pokémon, was Wasser- und auch Boden-Pokémon sein können. Ich glaube, die größte Herausforderung war für mich, also einmal, da habe ich ja gegen die Psycho-Pokémon verloren, da brauchte ich hier nochmal eine zweite Runde. Aber ansonsten, ich glaube, die größte Herausforderung war die Drachen-Pokémon-Arena, weil man halt sonst auch eher denkt, das könnte die finale Arena sein. Nein, das war die vorletzte Arena. Die finale Arena war ja dann das mit dem Doppelkampf, gut, auch verschiedene Typen, aber ich fand es dann einfacher als der Drachen-Arena-Kampf, weil wirklich ohne Zeo und seinen Nukleon im Doppelkampf, ich glaube, ich hätte da verloren. Und ich hätte riesige Probleme gehabt, einfach weil meine Pokémon unterlevelt waren. Das war ja auch der Punkt, ich habe immer alle die Kämpfe gemacht, aber meine Pokémon waren immer unterlevelt, sobald da eine neue Arena kam, oder eine neue Herausforderung. Und ich hätte natürlich Offscreen, Offscreen hatte ich immer wieder trainiert, habe das wieder aufgeholt, aber einfach während dem normalen Spielverlauf, auch wenn man gegen jeden Trainer kämpft, hat man es einfach nicht leicht. Und ich denke, das ist dann auch der eine Punkt, was mir da gut gefallen hat, es war einfach nicht zu einfach. Wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit Pokémon Schild, was ich ja privat gespielt habe, mein Gott, da habe ich auch jeden Kampf gemacht und da war ich immer gut vorbereitet, richtig gut, sogar übervorbereitet. Da hatte ich keine großen Probleme gehabt, nicht mal in der Pokémon-Liga, aber hier, hui, da musste man sich wirklich seinen Sieg verdienen. Sounds can be heard coming from inside, it will hatch soon. Alles klar. Jetzt muss ich nur noch mich erinnern, wo war das Pokémon, wo war das Mädchen gewesen? Ich glaube, das war in Silver... Silverport Town? Ich glaube ja, ich glaube, das war in Silverport Town, wo das Mädchen das sehen wollte, oder war das in Venice City? Eins von beidem, eins von beiden, da bin ich mir sicher. Ja, komm! Ach, wenn ich mir denke, einige Pokémon habe ich noch nicht mal gesehen, weil wenn wir uns den Pokémon... Wobei, Moment, doch, 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 Moment, ich kann ja mal durchschauen. Es hieß, 183 habe ich gesehen. Genau, da sehen wir die anderen Pokémon, das ist Oblivikon und Kirikon. Und da kommt dann das Pokémon. Genau, und das andere Sidecast wäre Prezopunk und Neopunk. Ich glaube... Bin ich blöd? Die sind sogar auf Deathpunk, ihre Helme sehen genauso aus wie von Deathpunk. Das ist also wirklich die Anspielung darauf. Es gäbe einige Pokémon, es sind wahrscheinlich halt Legendäre, die noch nicht im Spiel sind. Ein paar Pokémon habe ich noch nicht gesehen, aber ansonsten habe ich wirklich alle Pokémon, alle neuen Pokémon, also von diesen normalen, also ich rede jetzt nicht von... Da habe ich was übersehen? Ach, stimmt, von Tekiki habe ich die entwickelte Form noch nie gesehen. Ja? Aber so weit habe ich die meisten neuen Pokémon gesehen. Also viel fehlt da nicht und da waren wirklich richtig gute Pokémon dabei, ja? Vom Design her, von der... von den Typen her. Viele, die ich halt leider nie irgendwie benutzt habe oder die ich öfters benutzen wollte. Aber die Entwickler haben da wirklich gute Arbeit geleistet. Einfach an den Dialogen, hm? Wo sogar ja auch mal Sachen angesprochen werden, die ich immer sage bei meinen Let's Plays. Hä, was schlüpft denn? Ich rede gleich weiter und es ist... Oh, Minikorn! Jawoll, hatched vom Serk. Das ist das Pokémon, was das Mädchen sehen wollte. Minikorn. Wie nenne ich's? Wie nenne ich's? Hm. Kleines. Pink, Fluffy, Unicorn, Stainsy und Rainbows. Wie wär's mit Flufflepuff? Ob das... ähm... Ich meine, der erste Buchstabe ist nicht geschrieben. Moment, ich wende F. Großes F. Mal sehen, ob das... Reicht vom Platz her. Fluffle... Flufflepuff. Das reicht, das reicht mir. So, dann machen wir doch noch mal ein Kind sehr froh. Flufflepuff ist im Team. Ein Phenomal-Pokémon. Aha. Quick Feet. Boost Speed, wenn es ein Statusproblem ist. Also wenn es eine Statusveränderung hat, dann erhöht sich seine... Me first, was? Erhöht sich seine Initiative. Was ist Me first? The user tries to cut... Cut... To cut a head of the foe to steal and use the foe's intent move with greater power. Ich weiß, welche Attacke das ist. Das ist glaube ich... Wie heißt die Attacke nochmal? Ähm... Wie heißt die Attacke nochmal? Lasst mich überlegen. Ich kenn die Attacke. Wie heißt die nochmal auf Deutsch? Weil zum Beispiel Reion beherrscht diese Attacke auch. Das war... Oh, es liegt mir auf der Zunge. Moment. Äh... äh... Runter. Ach, sabber, sabber. Ähm... Ah, Mann, 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 Mann. Es liegt mir auf der Zunge. Es liegt mir auf der Zunge. Wo war nochmal das Mädchen gewesen, was das Pokémon sehen wollte? Wo war das? Wo war das? Ich glaube, das war in der Nähe vom Pokémon Center. EgoTrip, genau! EgoTrip heißt der Attacke auf Deutsch. Me first. EgoTrip. Losch mich zuerst! Mit dir hab ich ja getauscht. Warst du hier drin, liebes Mädchen? Ich glaube, ja. Nein, du warst es nicht. Oder war es doch in Silverport Town? Irgendwo war es gewesen. Irgendwo war es gewesen. Ich möchte es... Ich möchte es frohe Mädchen sehen. Komm schon! Schade ist... Jetzt habe ich 91 Pokémon. Mir würden genau 9 fehlen, um noch eine neue Belohnung zu bekommen. Aber ich weiß ja gar nicht, was es ist. Ähm... Nö, hier warst du auch nicht gewesen. In welchem Haus warst du noch mal? Kleines Mädchen, melde dich! Bitte melde dich! Warst du hier? Warst du hier? Nein, das war... Du warst die alte Frau, die mir gesagt hat, welchen Typen meine Kraftreserve-Pokémon haben. Äh... Das ist ja geschlossen. Das kann gar nicht mehr hier gewesen sein, weil hier sind keine Häuser mehr. Dann war das in Venice City. Muss man das richtige Haus finden? Ja, so. Komm, Flutterschei, lass uns wieder fliegen. Da war es nicht. Dann muss... Dann muss hier unten irgendwo gewesen sein. Das war ja die Bar. Da werde ich das Mädchen wahrscheinlich nicht finden. Was tut es? Evie? Nein. Du? Nee, auch nicht. In dem Haus war ich doch schon. Bin ich blöd? Bin ich blöd? Ja, ich spinne blöd. Bin vergesslich. Das war das Mädchen, was geschlafen hat. Moment. Kann Kiri, konnte helfen? Wahrscheinlich nicht, oder? Mal komplex. Hä? Wo war das nochmal gewesen? Ich... Ich bin mir sicher, das war hier irgendwo. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Du vielleicht? Gym Leader... Ja, 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 ja. Ach... Da war der Attackenhelfer drin. Verdammt nochmal, wo war die... Wo hat er... Moved to... Was? Das stimmt. Dem hätte ich sogar was beibringen können. Blastburn. Nein, danke. Oder? Vielleicht fürs Finale? Hm... Na, mach ich nicht. Mach ich nicht. Dann muss es hier irgendwo gewesen sein. Richtig, in einem dieser Häuser. Das war der alte Mann. Der mir viel erzählt hat. Na, ich hab gesehen. Du hast dich geöffnet. Lass mich rein. Lass mich rein. Wolltest... Oder ist das eine alte Frau? Ne, ne, ne. Das war es nicht gewesen. Muss ich ernsthaft jetzt nachschauen, wo das war? Wolltest du es sehen? Ein White Bird Pokémon. Aha. Oder war das... Ah, ne. Moment. War das Mädchen? War das in Sukinami Village vielleicht? Täusche ich mich vielleicht? Doch. Das war... Das war irgendwo hier in der Gegend. Ich kann mich erinnern. Bitte. Mein Verstand. Lass mich nicht im Stich. Es muss hier irgendwo gewesen sein. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Es könnte sogar passen. Weil wer... Die wollen hier... Du warst. Du warst. Du warst gewesen. Prinzessinata ist brillig wie der Sonne. Wie bei unserer Hände steht auf Weiß vom Erdrehen. Doch nicht. Was machst du hier? Der Tempel des Verutissimotis ist das größte Bild in unserer Stadt. Sie hat errichtet, um sich zu Ende der Krieg, die mehr als 100 Jahre dauerte. Seit dem Tempel ist auch schlimm. Alles Böse ist in uns gesichert Rituals. Hm. Was? Das war das doch... War das doch hier irgendwo gewesen? Weil ich mein, Einhorn-Pokémon, die haben was... Das war... Das war das... Ninja-Haus... Irgendwo war das! Nur wo... Oh Gott, ich strecke mich an. Ich strenge mich gerade so dermaßen an, mich zu erinnern, wo dieses Mädchen war. Wo war das gewesen? Weil so groß ist der Ort auch wieder nicht, dass ich... Was ist da hinten? Da ist das? Das ist die Arena? Das... Das... Sapperlott nochmal. Also... Also... Ich beende jetzt nicht den Part, bevor ich das Mädchen des Pokémon gezeigt habe. Okay. Sie, meine Damen und Herren, werden jetzt hier wieder einen Blick hinter die Kulissen kriegen. Ja. Ich werde nämlich den Browser öffnen, tun ein bisschen surfen im Internet. Der Herr Goggle, der wird mir sicher weiterhelfen. Und wird mir nämlich sagen, wo ich das Mädchen finde, was ein Kirikon sehen möchte. Da wird sicher was... Da wird sicher was notiert sein, diese Nebenquest. Ja, was ist das? Öffnest du dich, oder nicht? Hallo? Oprah, soll ich dir ein Liedchen singen? Hallo, Oprah, eröffne dich doch. Pfff. Hätte ich mir das lieber mal notiert. Ja, Becher ist leer. Da bin ich, ich leer. Die Pfanda muss aufgefüllt werden. Pfff. Ja, ich weiß... Man, schon, mussten wir ja Wasser trinken. Weißt du, wie viel Zucker da drin ist? Da kannst du auch hier einfach Liter... Da kannst du einfach nur Kiloweiße Zuckerwürfel nicht reinschieben. Ja, aber die sind so... Die sind so cruschig. Ich hab's lieber flüssig. Den Zucker. Dann nimmst du auch Sirup. Nee! Nicht so mein Geschmack. Da muss doch was fruchtiges dabei sein. So. Schön. Erstmal geblendet. Vergießer Bildschirm. Alles klar. Wo war das nochmal? Wo war das nochmal? Also, gucken wir mal. Kirikorn. Da kann ich auch gleich mal nachschauen, was nochmal die Entwicklungsarten sind. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Es entwickelt sich in dem... Ach, mit dem Shiny Stone. Ah! Deshalb hat er mir diese beiden Steine gegeben. Och, ne Megaentwicklung hat's auch. Ähm... Da steht nichts... Da steht nichts von einem Mädchen, was das finden will. Ah, ne, das ist Kirikorn. Ach, ne, genau. Das war die Entwicklung. Minikorn. Alles klar. Genau. Das Stone oder das Shiny Stone für die Entwicklung. Ferien... Fee normal oder Fee... Dunkelheit. Okay. Ähm... Da steht nichts von... It also references My Little Pony Franchise. War mir klar. War mir sowas von klar. Also, bei mir wird nicht angezeigt, wo ich das finde. Also, das Mädchen, wo ich das finde. Das ist ja blöd. Vielleicht bei Quests oder Aufgaben. Lasset mich gucken. Hm. Route 7. Nuclear Plancetta. Official Pachelors. Geilige Zeitquests. 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 Vielleicht hier. The Punk Twins. Das wäre das. Sleeping... Sleeping Girls. Passiert da noch was? Fantasy Lit... Retailers... Ach so. Das geht nicht weiter. Ventress Sidequests. Needs to be created. Currently not in... Das ist nicht dabei. Da wäre das gewesen. Crying Boards Sidequests habe ich. Die Fossilien habe ich. Garlikid habe ich. Wily Sidequests. Wie blablub. Ja, meine Damen und Herren. Es tut mir leid. Aber ich werde wahrscheinlich dieses Kind nicht finden. Weil ich mich einfach nicht erinnern kann. Wo habe ich es zuletzt getroffen? Wenn sie es wissen. Wenn sie es wissen. Dann lassen sie es mich wissen. Dann kann ich nicht mit einem Mädchen eine Freude machen. Ansonsten. Ist meine Zeit für heute hier vorbei. Ist es wirklich schon zu spät. Ja, ja meine Freunde. Das heißt. Und das bedeutet aber auch. Das Finale Finale steht uns bevor. Der Plan ist wie gesagt folgender. Ich werde jetzt. Alle meine Pokémon trainieren. Ungefähr Level 80. Besonders Wain. Damit es nämlich mit einem anderen Pokémon mithalten kann. Jaha. Und dann wird die Pokémon Liga nochmal herausgefordert. Damit wir endlich auf Zeo treffen können. Bei unserem letzten Kampf ist ja Kyrie uns da dazwischengestoßen. Ja. Und dann hat ja Steo gesagt. Er will nicht mehr kämpfen. Finde ich irgendwie schade. Das hätte es nämlich nochmal schön abgeschlossen. Aber gut. Hier sind wir. Training ist wieder angesagt. Da gehe ich ja auf. Wie eine Blume im Regen und Sonnenschein. Und meine Damen und Herren. Wenn Ihnen diese Ausgabe von Pokémon Uranium gefallen hat. Lassen Sie es mich. Bitte wissen. Und wir sind es hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Beim großen Finale. Bis dann. Ihr 93 Chobo. I love to entertain you. Tschüss and. Goodbye. Off the line. Good lord. The starve is so big biretASSin.